Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Sawweaver. Ich bin noch in dieser Kathedrale und ja, da ist der Mensch. Stellen wir ihm ein, oh, ah, Menschen tun mir doch weh. Menschen sind ganz schön mächtig. Aber nicht mächtig genug, würde ich sagen. Denn Sawweaver sind mächtiger. Jetzt nehme ich hier diese Decke ab. Dann macht das einen wunderschönen Geräusch. Einen wunderschönen Geräusch, genau. Nicht ein wunderschönes Geräusch, sondern einen wunderschönen Geräusch. Na, na, musst du mal auf der Feste hängen. Na. Sag mal. Kack zu, oder was? Ja, zweites Teil freigespringt. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe. Ich wollte hier noch das zweite Puzzle-Rätsel. Okay, es macht nichts, aber es klingt wenigstens schön. Fett. Wechseln? Wo gibt's Seelen? Meine Fresser. Und schon wieder ein Fraps-Absturz. Ich glaube, Fraps kann es nicht ertragen, wenn das Spiel hier so derbe hängt. Ich würde hier gerne einfach Seelen saugen, wenn das möglich ist, meine Damen und Herren. Ich will nicht sein Gentleman. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich Seelen saugen dürfte. Dazu gibt mir Seelen. Komm, meine Seele. Dort drüben werden sich jetzt bestimmt Spinnen befinden. Ich bin froh, dass die mich nichts werfen können. Ja, da ist eine Spinne. Bäm, bäm, BPutzel. Ach, ich mag den Soul Riever. Das ist doch mal eine Art und Weise Orgel zu spielen. Tadaa, eins weniger. Vielleicht reichen ja schon die drei. Ich werde das mal austesten. Würde ich sagen. Geh nicht jetzt so dafür. Ich frage mich warum sie hier über diese Gitter stehen haben. Ohne ersichtlichen Türen. Ich meine, wie lange sind die Menschen schon? Frems enttäuscht mich irgendwie immer an dieser Stelle. Ich weiß nicht warum, aber es nervt. Langsam aber sicher, nervt es und zwar tierisch. Vielleicht hat es wieder irgendwas mit diesen Einstellungen zu tun. Aber ja, das nervt. Sack. Und so, jetzt werde ich mal diese Teile da betätigen. Was heißt betätigen? Ich nehme sie hoch und setze sie andersrum wieder hin. Das ist genial, oder? Genial. Betätigen. So, zwei. Drei. Und da das noch nicht reicht, würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich das andere Puzzle gemacht habe. So. So. Fertig. So. Problem geht es. Schalter kann betätigt werden. Und. Tadaaa. Noch ein cooler Luftstrom, der uns nach oben geleitet. Pustet. Dingset. Yeah. Gucken. Jetzt. Gucken. Huish. Huish. Okay. Ich weiß, was ich hier zu tun habe. Ich muss hier auf dieses Rohr. Und dann muss ich dieses Rohr hier runter schuppen. Huah. Warum, werde ich jetzt fragen. Das wird euch sicherlich noch dann im Laufe des restlichen Dingens gewahr werden. Und dann hoffe ich doch. Babaaa. Wir müssen dann sowas mega fettes aktivieren. Und da muss dann was durch. Und. Er. Voll fett. Deswegen mache ich das jetzt gleich. Bevor ich das dann später irgendwann machen muss, wenn ich wieder zurück muss. Und. Ach. Ich hasse diesen Raum. Ja. Ignoriert ihn bloß. Doofes Ding. Ach. Ach. Ja. Ist doch was davonahah. So viel das interessantes Sache. Au. Au. Au 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 au. Au 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 au. Au au. Ja. Ш睡 therein, oder? Gib mir was zum ausspießen. Okay, dann mach ich halt noch Diese Scheit-Updating Yeah, Magic Und dann werd ich die spektrale Ebene wechseln Und dann werdet ihr euch wünschen, dass ihr mich niemals geärgert hättet Hallo, was war wegzulaufen? Saug, saug Bam Ähm, müsste ich ja nicht irgendwie Warum gibt's hier nichts zum Aufspießen? Gott Au, au, au Ach, lasst mich doch in Ruhe, doofen Viecher Ihr seid so gemein mit mir Ich will nicht mehr mit euch spielen So, was habt ihr jetzt davon? Die haben mir ganz tolle Aua weh getan Na Ach, da oben ist was zum Spießen Ja, versagt Hey, sag nicht, du kannst jetzt die Wand hoch So haben wir nicht gerechnet Weißt du Weh, du kackst jetzt ab Was machst du da oben, doofes Ding? Nee Wechseln Ein Switch Na, ich sag nicht hier drin Alten, das ist echt belastend Oh, Kamera und Steuerung haben sich wieder einmal verbündet Um mir eins reinzuwirken Ne Ach, die ist einfach kacke 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 So, stirb Du bist Vieh Wo ist das andere? Komm, mir gefällt ich es hier runter Wenn ich dich verprügeln will Na Tschüss Auf dass du mich nicht mehr belästigst Du unwürdiges Wesen Oh, da gab es ja noch irgendwo Bescheid Oder sowas Ich weiß, dass hier eigentlich auch noch Luft rauskommen müsste Hm, okay Dann habe ich mich wohl vermacht Da muss ich wohl erst dann irgendwo anders hin So wie ich mich kenne Ach, hör auf mich zu verprügeln Scheiß Ding Äh, ich übersehe irgendwas, oder? Ich sehe zwar noch nicht genau, was ich übersehe Aber ich übersehe irgendwas Naja, okay Die Zeit ist auch schon wieder um Tut mir leid Nichts erreicht Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen Und Bis zum nächsten Mal Euer Derfer Ciao Ciao